Musik In der Kriegsgeschichte aller Jahrhunderte gibt es unzählige Berichte von tausenden von Vorfällen, bei denen unfreiwillig bei Gefechtshandlungen Soldaten von eigenen Kameraden oder befreundeten Truppen getötet worden sind, aber auch unschuldige Zivilisten, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Auf Deutsch nennt man das Eigenbeschuss, wobei sich dafür aber seit geraumer Zeit der englische Begriff Friendly Fire durchgesetzt hat. Schätzungen gehen davon aus, dass zwischen 2 bis 20% aller Gefechtsopfer dem Friendly Fire zum Opfer fallen, wobei die statistische Häufigkeit in den letzten 200 Jahren relativ gleich geblieben ist, berücksichtigt man dabei die Zahl der in den Kämpfen eingesetzten Truppen. Wenn aber im Krieg ein Soldat von einem Kameraden oder ein Vorgesetzter von einem Untergebenen absichtlich getötet wird, was einem Mord gleichkommt, dann wird dafür das englische Wort Fragging benutzt gleich splittern. Diese Bezeichnung war zum ersten Mal aufgekommen während des verstärkten US-Engagements ab 1964 im Vietnamkrieg, als unbeliebte Vorgesetzte nachts oder während eines Angriffs mit einer in ein Zelt oder ein Schützenloch geworfene Splitterhandgranate getötet worden waren. Danach war dann behauptet worden, das Opfer sei durch Feindbeschuss umgekommen. Dass Handgranaten verwendet worden waren, lag auch mit daran, dass darauf weder Fingerabdrücke zurückgeblieben waren, noch, dass ein ballistischer Test möglich gewesen wäre, der den Täter hätte entlarven können. Angeblich gab es während des Vietnankrieges 800 bestätigte Fragging-Vorkommnisse beim Heer und der US-Marineinfanterie. Vom Friendly Fire waren Soldaten wie Zivilisten betroffen, ohne Rücksicht auf Dienstgrad, Alter oder Geschlecht. So berichtet der Engländer Simon Webb, dass 1940 während der Luftschlacht um England eine erhebliche Zahl seiner Landsleute durch Friendly Fire der eigenen schweren Artillerie umgekommen sind, die in Ermangelung von Flugabwehrgeschützen in den Städten zur Bekämpfung der deutschen Flugzeuge eingesetzt worden war. Wobei es logischerweise unmöglich ist, ein sich schnell bewegendes Flugzeug mit einer abgefeuerten Artilleriegranate zu treffen. Da aber unzählige Granaten fehlerhafte Zeitzündermechanismen hatten, hatten sie nicht in 3000 Meter Höhe detoniert, sondern waren auf die Städte gefallen. Ein Experte des Cavendish-Laboratoriums der Elite-Universität Cambridge hat geschätzt, dass die Hälfte der englischen Granaten in Bodennähe explodierte und ebenso viele Menschen getötet hatte wie die deutschen Bomben. Sollte das zutreffen, wäre die britische Armee und ihre Artillerie während des Zweiten Weltkrieges für über 25.000 Tote in Großbritannien verantwortlich gewesen. Diese Zahl kann durchaus auch zutreffen, da damals in Großbritannien die Zahl der Verletzten und Toten durch Flugabwehrfeuer allgemein bekannt war und trotz der Zensur immer wieder sowohl in nationalen als auch in regionalen Zeitungen ausführlich erwähnt wurde. So am 29. März 1944 in der Western Mail. Flugabwehrgranaten, von denen eine in einer überfüllten Fabrik explodierte und zwölf Menschen tötete, darunter sieben Frauen und viele Verletzte, waren am Montag die Hauptursache für die Schäden bei den Abwehrmaßnahmen über dem Küstengebiet von Süd-Wales. Um nun die Dimensionen aufzuzeigen, welche tragischen Folgen Eigenbeschuss mit sich bringen kann, hier jetzt noch einige Beispiele aus den letzten zwei Jahren des Zweiten Weltkrieges. Nachdem der aus Österreich stammende Generalleutnant Karl Eibel am 20. Februar 1943 mit der Führung des 24. Panzerkorps betraut worden war, hatte er während des chaotisch verlaufenden deutschen Rückzuges nordwestlich von Stalingrad am 21. Februar eine Erkundungsfahrt an die Front unternommen. Als er dann im dichten Schneesturm auf Soldaten einer Division des italienischen Alpini-Kors traf, hatten die sein Kommandofahrzeug mit einem sowjetischen Panzerwagen verwechselt und es mit Handgranaten angegriffen. Dabei war General Eibel so schwer am linken Bein verwundet worden, dass er nach wenigen Stunden auf dem Verbandplatz verstarb. Damit hatte das Chor binnen vier Monaten bereits den vierten kommandierenden General verloren. Am 3. Oktober 1942 der General der Panzertruppe Willibald von Langemann und Erlenkamp, der bei einer Erkundungsfahrt an die Front bei Storo-Scherwoye durch Artilleriebeschuss gefallen war. Sein Nachfolger, General der Artillerie Martin Wandel, gilt nach der weitestgehenden Vernichtung des 24. Panzerkors in der sowjetischen Operation Ostrogost-Rososch im Januar 1943 als vermisst. Dann war der Generalleutnant Arno Jahr am 20. Januar 1943 vorübergehend mit der Führung der Reste des Chors beauftragt worden, hatte aber aufgrund der desolaten Lage bereits einen Tag später mit einem Pistolenschuss sein Leben selbst beendet. Und wieder am Folgetag war ja auch sein Nachfolger, General der Infanterie Karl Eibel, durch das sogenannte Friendly Fire der italienischen Gebirgsjäger gefallen. Oder gehen wir in die Nacht vom 16. auf den 17. Mai 1943, als in der Operation Chastise, englisch Verzüchtigung, 19 Lancaster Bomber der britischen 617. Bomberstaffel unter dem Wing Commander, gleich Oberstleutnant Guy Penrose Gibson, mit dafür extra entwickelten sogenannten Rollminen die Staumauern von sechs Talsperren angegriffen und zerstört hatten, wobei es durch die Brüche der Möhne und Ederseetalsperren zu katastrophalen Überschwemmungen im Ruhrgebiet und in den Dörfern im Edertal gekommen war. Dabei waren mindestens 1650 Menschen getötet worden, darunter auch 1026 ausländische Kriegsgefangene, Zivilbeschäftigte aus Frankreich, Belgien sowie den Niederlanden und in verschiedenen Lagern unterhalb der Stausees, Zwangsarbeiterinnen überwiegend aus der Sowjetunion. Allein in der Stadt Neheim, am Zusammenfluss von Möhne und Ruhr, waren über 800 Menschen ums Leben gekommen, darunter mindestens 493 russische Zwangsarbeiterinnen. Bei dem Einsatz waren einige der angreifenden Flugzeuge von der Flak abgeschossen worden, wobei von den insgesamt 133 beteiligten britischen Soldaten 53 gefallen sind. Der militärische Nutzen der Operation, in der durch das sogenannte Friendly Fire hauptsächlich ausländische Kriegsgefangene und Zwangsarbeiterinnen umgekommen waren, war innerhalb der britischen Führung so umstritten, dass selbst der unbarmherzige britische Luftmarschall Arthur Harris unter dessen Führung die Royal Air Force zahlreiche deutsche Städte durch Bombardements schwer zerstört hatte und bei denen Hunderttausende von Menschen verbrannt oder erschlagen worden waren, den Plan abgelehnt und gemeint hatte, das alles sei lediglich eine spektakuläre Aktion gewesen. Als am 28. Januar 1944 ein Wehrmachtszug mit rund 800 amerikanischen, britischen und südafrikanischen Kriegsgefangenen auf dem Weg in ein deutsches Gefangenenlager eine Brücke auf der Ponte Paglia im italienischen Alerona überquerte, war er von einer Formation B-26-Bomber der 320. Bombardment Group bombardiert worden. Während viele der Gefangene fliehen konnten, waren etwa 400 getötet worden, deren Massengräber in der Stadt später durch weitere Bombardierungen zerstört worden waren. Nach der Invasion der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944 fand mit der vom 25. Juli bis zum 4. August dauerten Operation Cobra der Ausbruch aus dem Normandie-Brückenkopf statt, wofür zur Unterstützung Hunderte von Bombern der 8. US-Luftflotte eingesetzt worden waren. Auch am 24. Juni sollten die Bomber die deutschen Stellungen bombardieren, wobei aber das schlechte Wetter eine vernünftige Zielerkennung unmöglich gemacht hatte. Und obwohl eine Anzahl von Einsätzen gestoppt worden war und mehrere Staffelführer es abgelehnt hatten, ohne sich zu bombardieren, waren 350 B-24 und B-17 fliegende Festungen aufgestiegen und hatten sowohl den alliierten Feldflugplatz A-5 in Schipel getroffen, als auch Teile der 30. US-Infantriedivision, wobei 25 amerikanische Soldaten getötet und 131 verwundet worden waren. Als dann das Wetter am nächsten Tage aufgeklärt hatte, sollte jetzt die 9. Luftflotte angreifen. Aber obwohl der Oberbefehl, so bei der 1. US-Armee General Omar Bradley, den Planungsoffizieren, der bis 1947 noch dem Heer unterstellten United States Army Air Force befohlen hatte, die deutschen Linien von Ost nach West zu bombardieren, um einen möglichen Rückzug der Wehrmacht zu erschweren, hatte die Führung der US-Luftflotte ihre mittleren Bomber von Norden nach Süden angreifen lassen, genau über den Stellungen der Alliierten. Das Resultat dieses Friendly Fire waren 490 Verwundete und 111 Tote GIs, darunter auch bei der Besichtigung eines Bataillons des 120. Infanterieregimentes bei Saint-Lau, der für die USA wichtige Generalleutnant Leslie McNeil, Oberkommandierender der mehrere Millionen Personen umfassenden Streitkräftebasis. Damit war General McLeil im Zweiten Weltkrieg das ranghöchste US-amerikanische Opfer von Friendly Fire. Und die 30. US-Infanteriedivision hatte dadurch in zwei Tagen 700 Mann verloren. Fünf Monate später, während der am 16. Dezember 1944 begonnenen deutschen ADEMN-Offensive, hatte eine zur Unterstützung der zurückgehenden US-Regimente angesetzte kanadische Artillerieeinheit eine US-Einheit für deutsche Soldaten gehalten und beschossen. 76 amerikanische Soldaten waren getötet, 138 verwundet worden. Als dann am 1. Januar in der Operation Bodenplatte rund 850 deutsche Jäger und Jagdbomber einen Überraschungsangriff auf alliierte Flugplätze in den Niederlanden, Belgien und Frankreich flogen, waren 292 Flugzeuge verloren gegangen, 213 Piloten waren getötet oder nach ihrem Abschuss in Gefangenschaft geraten, 18 Piloten verwundet wurden. Auf dem Hin- und Rückflug wurden zwischen 30 bis 35 Maschinen durch die deutsche Flak abgeschossen, es können allerdings auch erheblich mehr gewesen sein. Unter den deutschen Verlusten waren drei Geschwaderkommandeure, fünf Gruppenkommandeure und 14 Staffelkapitäne. Es war der größte personelle Verlust der Luftwaffe an einem Tag, hervorgerufen, auch durch Friendly Fire. Am 3. März 1945, auf der Suche nach einer Abschussrampe von V-2-Raketen, bombardierte die Royal Air Force durch Navigationsfehler den dicht besiedelten Vorort bei Südenhaut von Den Haag in Holland. Das Bombardement richtete in der Region große Zerstörungen an, 511 Menschen waren getötet worden, 344 verletzt und 30.000 hatten ihre Behausung verloren. Am 14. April 1945, kurz vor Kriegsende, befanden sich zwei deutsche U-Boote auf dem Weg nach Norwegen, U-1272 unter Oberleutnant zur See Hans Schatteburg und U-235 unter Kapitänleutnant der Reserve Friedrich Husken. Im Kattegat, nordwestlich des dänischen Skagenshorn, waren sie in Seerohrtiefe auf einen deutschen Geleitzug gestoßen, bestehend aus dem Zerstörer Friedrich Ihn, der Eisenbahnfähre Preußen und dem Torpedoboot T-17. Während U-1272 tiefer getaucht war, war U-235 aufgetaucht, vielleicht, um sich zu identifizieren. Als es dann aber gleich wieder getaucht war und der Zerstörer den Wasserwirbel des Seerohrs für eine Torpedolaufbahn gehalten hatte, hatte T-17 eine Reihe Wasserbomben abgeworfen, von der eine das U-Boot direkt traf. Allerdings war der Besatzung von T-17 der Jubel über den vermeintlichen Erfolg schnell vergangen, als ein toter Offizier des U-Bootes an die Oberfläche geschwemmt worden war. Alle 48 Männer von U-235 waren drei Wochen vor Kriegsende dem Friendly Fire zum Opfer gefallen. Dann, fünf Tage vor der deutschen Kapitulation, fand am 3. Mai 1945 der in der Geschichte wohl schlimmste und tragischste Fall von Friendly Fire statt. Die unsinnige und überflüssige Versenkung der in der Lübecker Bucht liegenden drei deutschen Schiffe. Des großen Passagierschiffs Cap Arcona, des Frachtschiffs Thielbeck und des Dampfschiffs Deutschland. An diesem Donnerstag hatten mehrere Staffeln der 83. Luftwaffengruppe unter Oberst Thomas Trail in der von Air Marshal Sir Arthur Cunningham geführten zweiten britischen taktischen Luftflotte in vier getrennten, aber synchronisierten Angriffen insgesamt 115 Schiffe mit Bomben, Raketen und Bordkanonen beschädigt und dabei 23 Schiffe versenkt. Darunter gegen 15 Uhr die Cap Arcona und Thielbeck. Dabei waren über 7.000 Menschen entweder verbrannt, ertrunken oder von den RAF-Piloten im Wasser erschossen worden. Dazu der Royal Air Force Pilot im 193. Geschwader Alan Weiss. Wir haben unsere Bordkanonen gegen die Kerle im Wasser eingesetzt und haben sie mit 20 mm Kanonen abgeschossen. Schreckliche Sache. Aber man hat uns gesagt, dass wir es tun sollen. Wir haben es getan. Das ist Krieg. Allerdings waren das nicht, wie die Engländer gehofft hatten, deutsche Soldaten gewesen, sondern 6.400 aus dem Hamburger Konstellationslager Neuengamme auf das Schiff gebrachte KZ-Häftlinge aus 15 Ländern sowie russische und alliierte Kriegsgefangene auch rund 100 Juden. Es ist davon auszugehen, dass diese Überlebenden der KZ-Greuel gemäß einer Vereinbarung zwischen dem SS-Reichsführer Heinrich Himmler und dem Vizepräsidenten des Schwedischen Roten Kreuzes und Viertel des Königs in Stockholm, Graf Volke Bernadotte, mit den auf Schiffen herangebrachten sogenannten weißen Bussen nach Schweden in die Freiheit gebracht werden sollten, wie es bereits im April geschehen war mit fast 6.000 Häftlingen aus dem Lager Neuengamme. Man mag es kaum glauben, aber mit der Freilassung von KZ-Häftlingen und Kriegsgefangenen hatte die SS-Führung tatsächlich erhofft, bessere Bedingungen bei Waffenstillstandsverhandlungen mit den Westalliierten zu erhalten. Nach der Versenkung der mit Menschen überladenen Schiffen hat die RAF später entschuldigende Aussagen gemacht, die britischen Piloten hätten nichts von den Kriegsgefangenen und KZ-Überlebenden auf den Schiffen gewusst. Dagegen spricht aber zu lesen in veröffentlichten britischen Dokumenten aus den 70er Jahren, dass die schwedische Regierung die RAF vor dem Angriff darüber informiert hatte. Auch hatte wohl die militärische britische Führung am Abend des Zweiten von der Lübecker Rotkreuzdelegation die Information erhalten, dass sich auf der Kap-Arkona Häftlinge befanden. Und es waren auch bereits beim ersten Angriff deutlich sichtbare weiße Flaggen gesetzt worden und während des Beschusses hatten deutsche Matrosen und auch viele Häftlinge weiße Tischtücher und Bettlaken aus den Bullaugen geschwenkt. Die RAF-Aufzeichnungen über die Angriffe auf die Schiffe unterliegen bis 2045 der Geheimhaltung. Stattdessen verweist die RAF nur allgemein auf ihr damaliges operatives Ziel, mit dem als Big Shipping Strike bezeichneten Angriff auf die Schiffe in der Lübecker Bucht Absetzbewegungen von Wehrmacht und SS-Steben in das von alliierten Truppen noch unbesetzte Norwegen verhindert zu haben, was aber nicht den Tatsachen entspricht. Und selbst die Totenruhe der Tausende damals noch im Bauch der Kap-Arkona liegenden Ertrunkenen war nicht gewahrt worden. Bei einem Übungsschießen nach Kriegsende haben es britische Einheiten noch einmal in Brand geschossen. In den 50er Jahren waren dann Kap-Arkona und Thielbeck zur Schrottverwertung auseinandergeschnitten worden. An den ehemaligen Ankerplätzen der Kap-Arkona und Thielbeck befinden sich in 17 Meter Tiefe immer noch Skelettteile von 3000 nicht bestatteten Opfern. In vielen Orten in Schleswig-Holstein erinnern Gräber und Denkmäler an die Abertausende von Opfern, die hofften, den KZ-Gräueln entkommen zu sein, dann aber durch Friendly Fire einen grausamen Tod erlitten hatten. Schließlich gibt es die relativ unbekannte Geschichte eines heftigen Luftkampfes zwischen amerikanischen und sowjetischen Flugzeugen, der in der Sowjetunion und auch in den USA lange Zeit unter völliger Geheimhaltung stand. Der hatte stattgefunden am Dienstag, dem 7. November 1944 und war zum ersten Mal erwähnt worden 1963 in der Zeit des politischen Tauwetters unter Nikita Khrushchev im Buch des ehemaligen Kommandeurs der 37. Armee General Sergej Samyelovic Birjusov, der war zwar wie auch alle anderen, die später darüber geschrieben haben, nicht dabei gewesen, konnte sich aber noch daran erinnern. Die Örtlichkeit war der Luftraum über der Stadt Nis im Süden Jugoslawiens. Etwas mehr als zwei Wochen zuvor, am 20. Oktober, hatte die Rote Armee unterstützt von Partisanenverbänden die Wehrmacht aus Belgrad vertrieben und konzentrierte sich jetzt auf die Einnahme von Budapest. Auf den Marschstraßen auch das 6. sowjetische Garde Schützenchor. Nach dem gregorianischen Kalender war dieser 7. November der 27. Jahrestag der Oktoberrevolution von 1917. Viele Panzer und Lastwagen waren mit roten Fahnen und Propagandabannern geschmückt. Mitten in der Kolonne spielte ein Musikchor. Aber plötzlich wurde die Musik übertönt vom Motorengeheul zahlreicher Flugzeuge. Dem ersten Blick nach deutsche Aufklärungsflugzeuge vom Typ Focke-Wulf FW-189. Panik kam auf, die aber genauso schnell wieder schwand, da das keine deutschen Focke-Wulf-189 waren, sondern ihr stark elende US-amerikanische Jagdbomber vom Typ P-38-Lightning, gekennzeichnet mit den weißen Sternen der US-Luftwaffe. Dann aber geschah etwas Unerwartetes. Denn kaum waren die Amerikaner über der Kolonne, hatten sie die mit dem Feuer aus ihren 4x12,7mm-MGs, der 20mm-Kanone und 127mm-Raketen belegt. Während die sowjetischen Soldaten Deckung suchten, haben sie verzweifelt ihre roten Fahnen geschwenkt, aber der Beschuss ging unvermindert weiter. Das war der Beginn des amerikanisch-sowjetischen Luftkampfes über der Stadt Nies. An diesem 7. November waren die Lockhead P-38-Lightning-Jagdbomber der 95., 96. und 97. Jagdstaffel des 82. Jagdgeschwaders unter Oberst Clarence T. Edwinson beauftragt, zwischen Sienica und Mitrovica Angriffe auf deutsche Eisenbahntransporte und motorisierte Kolonnen der hauptsächlich aus Österreich bestehenden 297. Infanteriedivision unter Generalleutern Albrecht Bayer zu fliegen. Als dann die P-38 im Raum von Nies angekommen waren, hatten sie die lange Fahrzeugkolonne des 6. Garde Schützenkorps ausgemacht, die sich vor Nies in Richtung Belgrad bewegte. Sofort hatte dann die erste Staffel angegriffen, mehrere Fahrzeuge zerstört, 37 sowjetische Soldaten verwundet und 31 getötet, darunter auch den Kommandeur des 6. Garde Schützenkorps, Generalleutnant Grigory Petrovich Kotov. Während jetzt die zweite Staffel P-38 zum Angriff ansetzte, erteilte der sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Luftwaffenstützpunkt Nies aufhaltene Kommandeur der 17. Sowjetischen Luftarmee, Generaloberst der Flieger Wladimir Aleksandrovich Sudetsch, der den Angriff sehen und hören konnte, dem 866. Jagdfliegerregiment in der 288. Jagdfliegerdivision den Befehl zum Alarmstart. Allerdings war auch Sudetsch zunächst davon ausgegangen, dass die Angreifer Focke-Wulff FW 189 der Luftwaffe waren. Als dann die ersten sowjetischen Jagdflugzeuge Jakolev Jagd-9 sich den amerikanischen Maschinen näherten, hatten die trotz der großen roten Sterne an den sowjetischen Maschinen sofort ihr Feuer eröffnet und eine Jagd-9 abgeschossen. Dann waren sie auf etwa 500 Meter gestiegen und über Nies gekreist. Kurz darauf war dann eine von einem anderen Luftwaffen Stützpunkt bei Nies gestartete zweite Staffel Jags im Luftraum über Nies eingetroffen, geführt von dem sowjetischen Fliegerass Hauptmann Alexander Koldunov. Dann war in der nächsten Viertelstunde die Luft erfüllt vom Maschinengewehr und Maschinenkanonenfeuer der neuen sowjetischen Jagd und einer nicht identifizierten Anzahl amerikanischer P-38. Dazu jetzt die Eintragung im Kriegstagebuch des 866. Jagdfliegerregiments. Am 7. November 1944 um 12.50 Moskauer Zeit führte eine Gruppe von zwölf Lightning Flugzeugen einen Bodenangriff auf Einheiten des Schützenkorps der Dritten Ukrainischen Front durch, die sich entlang der Straße von Nis in der Gegend von Kamolilja nach Westen bewegten. Vier P-38 flogen in Formation den ersten Angriff. Danach eröffnete die Flugabwehr des Flugplatzes Nis das Feuer und schoss eine P-38 ab, die einen Kilometer nördlich des Flugplatzes einschlug. Anmerkung von mir, es handelte sich um den US-Hauptmann Charles King von der 96. Staffel, der bei Sienica von Bauern und Tschetnik Partisanen gerettet worden war. Das Kriegstagebuch fährt fort, dass um 13 Uhr zwei Jagd-9 des 866. Jagdfliegeregiments gestartet seien, um 13 Uhr fünf sechs weitere und um 13 Uhr zehn noch einmal zwei. Danach schildert das Kriegstagebuch Einzelheiten des Luftkampfes mit dem Abschuss von 2 P38. Vergleicht man allerdings die angefertigten schriftlichen Angaben des 866. Jagdfliegeregiments mit denen der 288. Jagdfliegerdivision weichen die teilweise stark voneinander ab. So liest man in dem etwas später angefertigten Bericht der Fliegerdivision, dass der eben erwähnte Hauptmann Koldunov die Luftschlacht so beendet habe, indem er flügelwackelnd auf die ersten P38 zugeflogen sei, bis die Amerikaner die roten Sterne auf seinem Flugzeug erkannt hatten. Allerdings habe er 18 P38 gemeldet, obwohl es lediglich 12 gewesen seien. Davon habe er drei abgeschossen. Zum Luftkampf selbst berichtet das Kriegstagebuch der 288. Division, dass zehn Jagd-9 versucht hätten, den Flugplatz nicht zu schützen, wobei zwei abgeschossen waren, ein Pilot gefallen sei und der andere mit schweren Verbrennungen ins Lazarett gebracht worden sei. Eine dritte Jagd-9, die eine P38 verfolgt hatte, sei durch eigenes Flugabwehrfeuer abgeschossen und der Pilot dabei getötet worden. Dagegen liest man im Kriegstagebuch der 17. Luftarmee, dass die Luftschlacht zwischen acht Jagd-9 und 18 Leitningen stattgefunden habe, wobei das 866. Jagdfliegeregiment gemeldet hatte, drei P38 abgeschossen und drei weitere beschädigt zu haben. Tatsächlich waren aber wohl nur zwei P38 abgeschossen worden, wobei die beiden amerikanischen Leutnanten aus der 95. Staffel Philipp Brewer und Elden R. Colson getötet worden waren. Auf sowjetischer Seite waren insgesamt 34 Soldaten gefallen, darunter wie gehört der Kommandeur des 6. Garderschützen Korps Generalleutnant Grigori Petrovich Kotov und 39 verwundet wurden, 20 LKW wurden vernichtet. Allerdings hatte der für den Angriff verantwortliche Kommandeur, der im italienischen Foggia stationierten 82. US Fighter Air Group Oberst Clarence T. Edwinson den Vorfall nicht nach oben gemeldet, sondern hatte sich in den Urlaub verdrückt. Dann aber, drei Tage später, am 10. November, hatte der stellvertretende Generalstabschef der Roten Armee, General Alexei Antonov, den Leiter der amerikanischen Militärmission in Moskau, Generalmajor John R. Dean, über den Vorfall informiert und in seinem Bericht von 27 P38 gesprochen. Nun hätte dieses Luftgefecht große politische Verwicklungen auslösen und die ohnehin latenten Spannungen zwischen der Sowjetunion und den USA erheblich verschärfen können. Um jetzt aber nicht auch noch der deutschen Propaganda Munition zu liefern, war von beiden Seiten Stillschweigen beschlossen worden. Allerdings hatte sich sofort die US-Luftwaffe bei der Sowjetunion entschuldigt und eine Untersuchung eingeleitet mit dem ersten Ergebnis der Ablösung des Kommandeurs der 82. Jagdgruppe Oberst Edwinson und seine Blitzversetzung zurück in die USA, wo er als stellvertretender Flugplatzkommandeur der Jägerschule auf dem Blütentalfeld in North Carolina eingesetzt wurde. Er ist dann noch Brigadegeneral geworden. Nach weiteren Ermittlungen hatte die US-Luftwaffe der sowjetischen Seite mitgeteilt, dass an sich geplant war, dass die P-38 deutsche Truppenansammlungen in der Nähe der Stadt Nove Pazar angreifen sollten. Aber aufgrund eines Navigationsfehlers sei eine Gruppe versehentlich 100 Kilometer nach Osten geflogen, wo sie über Nis auf die Kolonne des 6. Gadeschützenkors gestoßen sei und diese mit einem Wehrmachtverband verwechselte. Da aber ja auch die zweite Staffel angegriffen habe, wo sie mit der ersten in Funkkontakt gestanden habe, hatte die sowjetische Seite den Wahrheitsgehalt der amerikanischen Aussage angezweifelt. Allerdings hatte die Rote Armee Oberst Edwinson auf dem Fliegerhorst Foggia nicht darüber informiert, dass die russischen Bodentruppen vom 6. auf den 7. November bereits fast 100 Kilometer vormarschiert waren. Als dann die P-38 mit großer Geschwindigkeit angegriffen hätten, sei ihre unabsichtliche Attacke geschuldet gewesen, sowohl der mangelnden Kommunikation und der aus der Luft sich ähnelnden deutschen und russischen Stahlhelme und der Tarnfarbe der Fahrzeuge. Als Konsequenz aus dem Luftkampf war dann am 26. November eine Grenze zwischen den beiden Alliierten festgelegt worden, innerhalb der ihre Flugzeuge getrennt voneinander operieren konnten, um eine Wiederholung eines Aufeinandertreffens zu eliminieren. Am 14. Dezember erfolgte dann die offizielle amerikanische Entschuldigung durch den Botschafter in der Sowjetunion Avril Harriman. Man kann anhand dieses ziemlich einmaligen Vorfalls des Friendly Fire feststellen, wie weit die Erklärungen dazu abweichen, besonders nachdem die amerikanisch- sowjetische Allianz einer Feindschaft gewichen war. Denn nach Beginn des Kalten Krieges sprach die sowjetische Seite jetzt davon, dass der Luftkampf ein provokativer heimtückischer Luftangriff der Alliierten gewesen sei. Dabei ist unbestritten, dass beide US-Staffeln ihre Angriffe jeweils in dem Augenblick abgebrochen hatten, als sie nah genug gewesen waren, um die roten Sterne an den Yaks zu sehen. Aber es gibt auch merkwürdige Zeugenaussagen. So behauptete der Flugplatz Ingenieur von NIS Dragoslav Dimic der amerikanische Angriff sei geflogen worden von etwa 30 Flugzeugen darunter auch B-25 Mitchell Bombern. Und ein weiterer Zeuge der Schlacht der jugoslawische Partisanen Führer Joko Dretzen hat angeblich sieben abgeschossene amerikanische Flugzeuge gezählt. 5 P-38 Lightnings und 2 B-25 Mitchell Bomber und 14 gefallene amerikanische Soldaten. Nachdem dann die Glasnost Ära unter Michael Gorbatschow zu Ende gegangen war, hatte sich ab den 2010er Jahren die russische Regierung an den Vorfall erinnert und ihn als einen bewusst ausgeführten amerikanischen Angriff bezeichnet. Im Jahr 2015 wurde in Nis ein von Russland entworfenes Denkmal zur Erinnerung an die bei dem Vorfall getöteten sowjetischen Soldaten eingeweiht. Was nun tatsächlich am 7. November 1944 im Luftraum über Nis geschehen ist, ist immer noch umstritten, da sowohl Jugoslawien, Russland und die Vereinigten Staaten unterschiedliche Angaben über das Gefecht machen. Die genauen Gründe für den Angriff wie auch über die tatsächlichen Ergebnisse und Verluste. Und wie auch für viele andere umstrittene Vorkommnisse im Zweiten Weltkrieg, gilt auch bei allen Beteiligten für den über Nis weiterhin die Sicherheitsstufe streng geheim. Beteiligten 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 Untertitelung des ZDF, 2020